Nach dem ersten Spiel, nach dem Freitag, acht Spiel mehr. Natürlich brauchst du keinen Freitag, weil du einen fürchten. Wie geht es dir? Ja, ich bin gut. Es war schön, zurück zu spielen. Aber ja, es war ein langes drei Monate. Er hat jetzt wieder ein paar Spiele gemacht und er hätte eigentlich gar keine Pause gebraucht. Und ihm geht es gut. So, deine Hand ist vollkommen zurückgekehrt? Ja, es ist vollkommen zurückgekehrt. Ich mache Dinge, um es gesund zu halten. Also, sein Arm ist wieder in Ordnung und jetzt muss er noch ein bisschen Sachen machen, die dann seinen Arm auch in Ordnung halten. Du hast gesagt, nicht nach dem Freitag fliegen, während du hier warst. Ja. Was hast du gemacht? Nichts. Wir haben nur Rehab gemacht. Ich arbeite und habe so schnell wie ich konnte. Ich meine, es dauerte Zeit, um mit der Familie zu spenden. Er hat jetzt in der Pause gar keine große Reise gemacht. Manche sind da für ein paar Tage weggeflogen. Er ist mit der Familie hier geblieben, hat zwei Jungs, eine Frau. Und war dann hier auf dem Eis auch viel und hat noch weiter an seiner Fitness gearbeitet, damit er eben dann wieder dahin kommt, wo er sein muss. Jetzt kommen ja einige Leute zurück. Ich habe gefragt, ob es jetzt mehr auch Konkurrenz kam. Im Training gibt es, sagt er, jeder will ja jetzt natürlich ins spielende Line-Up kommen. Einfach weil es jetzt einige gibt, die dann eben rausrotieren und dann einfach mal von außen zuschauen müssen. Und entsprechend hebt das natürlich dann auch die Qualität auf dem Eis. Also, du bist eher ein kaltes Typ. Was machst du an diesen Weg, wenn du auf dem Bus oder auf dem Flugzeug sitzt? Ich bin ein Karten-Spieler. Wir spielen ziemlich viele Karten auf dem Bus. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, um die Zeit zu passen. Du wirst etwas gewinnen oder verlierst du? Ich bin nicht immer gewinnen. Also, er ist einer, der gerne Karten spielt im Bus, um die Zeit zu vertreiben bei den langen Busfahrten. Ich habe gefragt, verlierst du mehr oder gewinnst du mehr? Er sagt, naja, eigentlich ist ganz okay. Also, er ist zumindest mit vorne dabei, ganz offensichtlich. Heute ist es Wolfsburg. Obviamente, du kämpfst oder du kämpfst gegen die Top-Spots. Vielleicht hast du einen Karten, um den 4. zu erinnern. Also, du musst sie heute gewinnen. Ja, nein. Es ist wirklich nah, von diesen Spots zu erinnern. Und jetzt ist jeder Punkt wichtig. Es wird ein großes Spiel. Es wird ein großes Spiel, sagt Ryan gegen Wolfsburg. Alle kämpfen ja noch da um die besten Playoff-Platzierungen. Man hat ja sogar eine Chance, noch Vierter zu werden. Dafür muss man dann natürlich auch Wolfsburg schlagen. Welche Musik werden wir hören? Es ist deine Zeit, der DJ für den Warm-Up zu sein. Ich denke, es gibt ein bisschen alles. Alles, wie Country-Musik? Es gibt ein bisschen Country, ein bisschen Pop. Ein bisschen Rock? Es gibt vielleicht ein Rock-Song. Okay, wir werden so einen guten Mix von Ryan hören für den Warm-Up. Da freuen wir uns drauf und ich wünsche dir einen guten Spiel. Danke. Danke. Danke.